Wenn ich Superman wäre, würde ich das oberste Gesetz in allen Verfassungen des freien Denkens veranken lassen. Aber ich würde auch alle Gesetze dahingehend ändern, dass wenn jemand überführt worden ist, dann wird das er den anderen übers Ohr gehauen und übervorteilt hat, dass er das Zehnfache dessen berappen muss, was er diesem abgeluchst hat.